Ich bin um 22.45 Uhr eingeschlafen und am nächsten Tag um 7.10 Uhr aufgewacht. Wie viele Minuten habe ich geschlafen? Von 22.45 Uhr bis 23.00 Uhr habe ich 15 Minuten geschlafen. Von 23.00 Uhr bis 7.00 Uhr morgens habe ich 8 Stunden geschlafen, also 8 mal 60 Minuten, das heißt 480 Minuten. Von 7.00 Uhr bis 7.10 Uhr habe ich 10 Minuten geschlafen, also insgesamt geschlafen habe ich 15 plus 480 plus 10 Minuten, das heißt 505 Minuten. Demzufolge ist Antwort A die richtige. Entschuldigung